ja ihr seht dass heute freundlich konnte arbeiten und von minecraft heute mal ausnahmsweise auf die kraft skyblock ja und ja ihr habt echt gelesen wir kämpfen heute gegen einen fucking schneemann und er gab es noch nicht der ist eigentlich nicht stark zumindest für meinen spielstand hier gerade das heißt ich muss erst mal lederrüstung haben und ja ohne lederrüstung überlegt man den nicht selbst mit niederrüstung die verzaubert war komplett auf protection 1 habe ich nur knapp überlebt also man glaubt kaum aber ja es ist nun fucking niemand der so viel fucking schaden macht genau das sollte nicht passieren jetzt habe ich natürlich keine hat ja gut wir sehen uns mal wieder wenn ich die lederrüstung erfahren habe hallo wenn die aufnahme ausgeht so meine damen und herren wir haben alles dabei ich habe voll der protection 1 und steinschwert mit schatten des 1 lecker nicht der gut durch geht und ja jetzt habe ich jetzt geht am schneemann und ich werde in dem gemüteten rahmen kämpfen weil sonst wieder runter ja gut gemacht und ihr werdet nicht glauben wie später jetzt eigentlich ist weil der bereich ich nicht natürlich macht jetzt kein erster liebers von aber eigentlich gerade gestern hier eigentlich nicht gut ja gut dafür dass wir da nur zwei schneebeler rausgekommen eigentlich armselig aber so ist halt der zweiten schneemann und ich habe sogar bock auf noch ein also let's go hat auch gar nicht mehr so viel ein wenig abgezogen möchte ich mal meinen eben kommt man den hat eigentlich für den mutig in das schwer hallo es geht mir aber wer eine meint danke dafür kämpft da auch so gegen mich ja ihr seht das war knapp ich sag mal zwar von ihm habe ich noch eine schaufel ja ein bisschen mehr stehe bekommen weil ich jetzt ja gelaufen ist aber ihr seht ich bin voll die data protection 1 und da hat mich fast gekillt zwei radikett gibt natürlich schon mal besiegt und hätte ich das video jetzt hier nicht gemacht aber hau die shit und mal bedenken das ist ein fucking niemann und damit wäre es für das heutige video tschau mit au